Musik So, da sind wir auch schon wieder, die Playlist habe ich hoffentlich angelegt Und ihr könnt quasi ohne Probleme Oh, da geht es tatsächlich weiter Weiter gucken Ja lol, ist klar Ja, wir sind jetzt in Folge, boah, weiß ich auch nicht Sechs, sieben, acht dürfte es sein Ähm Ja, keine Ahnung, wie das hier läuft Also die Fleischdinger, die sind recht lange oben Vielleicht kann ich ja, huch Aua Nö, das wollte ich nicht, ich wollte eigentlich in der Mitte bleiben Moment So Genau Ah, okay, das geht anscheinend runter Ja, das ist hier ganz viel mit Timing, sieht man ja schon So, aber ist eigentlich, glaube ich, recht einfach Bleiben wir eben noch kurz da Da kann man auf jeden Fall nicht warten Ja, dann muss ich wahrscheinlich einfach durch, äh Springen oder so ein Quatsch So, wenn das dann quasi Alter Gibt es da eine Kombination, wann das mal unten bleibt und Äh, die Platte da quasi auch zu ist Achso Jetzt auf jeden Fall nicht Wenn dann jetzt Ah, okay, wunderbar So, jetzt bleiben die Teile oben Sehe ich das richtig? Ja Nur noch unten So, ich hoffe Ich kann hier Speichern Da oben ist auf jeden Fall einer Ist ja uncool Hm So, hier wacht er erstmal nicht auf Aber wie kriege ich ihn denn jetzt da runter? Warte mal, vielleicht kann ich ja was werfen Bumm Ja, läuft doch Das war ja mega easy Dann ab in die Freiheit, liebe Freunde So, das hätten wir geschafft Das war ja easy So Genau Und jetzt müssen wir eigentlich nur mal gucken Bleiben wir erstmal hier Dann werden wir hier hingehen Und zur guten Letzt Hier So, wie viel haben wir denn jetzt befreit? Müssen wir noch welche befreien? Ich glaub schon Bleibt uns ja dann doch nicht erspart Ist hier noch irgendwas? Nö Hier ist auch noch nichts Ja gut Lass uns erstmal Oh cool 70 Stück Ja, waren das denn jetzt alle? 70? Ich meine schon Ja dann Geilili, würde ich sagen Dann haben wir ja alles erfolgreich befreit Und wir können ohne schlechtes Gewissen Einfach mal den Weg ins Lager Ja, uns auf den Weg ins Lager begeben Ne, weiß ich auch nicht Ich hab gerade glaube ich Hab ins Lager So Ja So viel dazu Wir sind im Lager Herzlich willkommen liebe Freunde im Lager Kleine Sache am Rande Ich hatte ja Nach der Folge 2 Von der ganzen Geschichte hier Von dem Let's Play War ich hier auch schon Und da musste ich dann Entsetzt feststellen Dass ich 50 Opfer hatte Weil ich halt nicht genau aufgepasst hab So Wunderbar Wir befinden uns hier Ich hüpfe hier mal Hier sind Minen Sehe ich gerade Ey Moment mal Wir haben ein Opfer Das finde ich ja uncool Ja komm dann Hä? Achso Das sind einfach nur Sensoren Ach scheiße Das Teil ist da Wie mach ich das denn jetzt? So Ich werde mich mal ganz weit weg tun Vielleicht Kann ich das Ach ich hab keine Bomben mehr Schade Scheiße Ich werde mal hüpfen Und dann schleichen Hey was soll das? Du scheiß Teil Wie soll man den denn retten? Ja komm genau Bring mich mal bitte um Das wird ja jetzt Weil das Teil ist ja nicht Okay So wird das auf jeden Fall klappen Oder so könnte es zumindest klappen Wenn ich mich da einfach schnell hinbegebe Natürlich dürfen die Schluss Ach Gott sei Dank Wunderbar Der Kollege ist schon mal gerettet So Nun ist die Frage Wie machen wir das denn hier? Ich glaube wenn man sich nicht bewegt Geht das auf jeden Fall klar Ja Sieht schon mal sehr gut aus So Dann mach mal hin Genau Ich bleib noch Stehen So Ah wunderbar So Hier haben wir schon mal gespeichert Das ist schon mal cool Dann haben wir da schon mal Ruhe Komm dann guck ich nämlich hier nochmal ein bisschen rum Ach das tut denen weh Den armen Kreaturen Da tut mir aber auch null leid Ne Hm Okay So Hier kann man auf jeden Fall nochmal rein Oder? Achso Dann können wir da oben hoch Verstehe Was geht hier ab? Achso Ich kann hier reinspringen Oh cool Schaut euch das mal an Sind wir jetzt in Zulag 2 Oder so ein Quatsch? Also dem geschieht hier Irgendwie nichts Habe ich den Eindruck Lauf 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 Oh Hm Das war jetzt ja wohl nicht so Das Richtige Kein Problem Kein Problem Wir schaffen das noch Oh Gott Oh Gottchen Da musste ich Äh, 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 äh Mal niesen, ne? Aber vielleicht habe ich es ja auch rausgeschnitten Und ich konnte es mir merken Wann dieser Nieser war Und ihr habt es gar nicht gehört So ein Schlitzohr bin ich Ach, das Teil kann hüpfen Hä? Hä? Wie läuft das denn hier? Achso Jetzt kann man nur hoffen, dass, äh Ah ja Tschüssi 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 Dann müssen wir nochmal neu einstellen Und dann müssen wir denen sagen Follow me Und dann läuft das eigentlich auch Sack So Oh Mann, oh Mann So, Momentchen mal Muss ich So, ihr solltet mir followen Aber jetzt muss ich erstmal warten Bis der Kollege hier wieder kommt, ne? Hat er mich gesehen? Kleines, böses Monster Oh Mann Wo ist der? Schnell Der hat mich fast gekriegt Ja, ja Ich hoffe mal, wir kommen noch zurück Ja, ja So Gut Dann werden wir uns jetzt auf jeden Fall Die folgen mir immer noch Hier kurz runter begeben Lauf, Ape Lauf Easy, 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 easy Bitteschön, liebe Freunde So Oh Gott Ach, easy Oh oh, jetzt muss ich mich beeilen Ach nee, auch alles easy Oh oh Nein Warum war das denn nicht offen? Oh 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 Ja, alles kein Problem So, wir machen das Ding erstmal offen Damit wir uns das gleich ersparen können Manchmal, ne? Da denke ich mir auch so Was ist das für ein Quatsch? Portal öffnen Portal öffnen Kurz runterhängen lassen Damit er uns sieht Alter, hüpf doch mal Ey Was soll das denn? Hm? Okay, jetzt aber mit Konzentration Jetzt wird's klappen Runterhängen lassen Dann kommt der Kollege vorbei Und jetzt geht's Ja genau Die kommen auch Und folgen mir Wunderbar Uiuiuiuiuiuiuiuiui Ui Lauf Guck dich zurück Ape Nimm die Beine in die Hand Und renn Renn Zack Ja wunderbar Schon wieder weitere Modokons gerettet Wir sind ein wahrer Held So Jetzt ab zurück Müssen wir hier uns in Acht nehmen Ich glaube Nichts Hier können wir nichts machen Hier können wir auch nichts machen Ja cool Dann Speicherpunkt Ich frage mich was das hier bringt Ob man da irgendwas Ob hier was versteckt ist Kann ja immer sein Ja So läuft das aber nicht Das muss man ein bisschen Gezielter springen Beziehungsweise den Typ mal erstmal anlocken Komm Mut, mut, mut Genau Und zipf Ho Das war ja auch ganz schön straß Äh, krass meinte ich Und knapp Das wollte ich eigentlich sagen So Hier unten Ich weiß nicht Ob hier irgendwas ist Aber ich find's verdächtig Mami Habe ich mich da ein bisschen Zu schnell bewegt Oder was war das jetzt genau Lass mich in Ruhe Der verfolgt mich ja immer noch Lass mich Achso Der hört gar nicht mehr auf Ja gut Dann wissen wir jetzt auch mehr Dann lass mich eben kurz mal hier vorbei Hüpfen So Hier bewegen wir uns auch wieder nicht So Genau Dann warten wir auch noch mal eben kurz ab Ach das ist scheiße Da hätte ich ein bisschen Ein paar Schritte nach vorne machen müssen Eigentlich Alter Das kann doch nicht wahr sein Ey Kurz vorm Ende Jetzt doch noch mal Haben wir uns doch noch mal bekommen Nicht cool Na hier bewege ich mich auch nicht Das ist mir dann doch Wirklich zu krass So Genau Jetzt werden wir uns hier an den Rand wieder stellen Und dann kann ich auch gleich schon wieder Den nächsten Schritt gehen Ape ist durch Wunderbar Oh Mann oh Mann Hilfe 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 Ja hier stehen wir auch wieder zu knapp an der Geschichte Ah ne doch geht's wohl Hier Schaden Dann machen wir das mal Diese Lichter Helfen dir Glaube ich stand da Ne weisen dir den Weg Ja okay Interessant und Good to know würde ich sagen Ah cool Hier kann man mal nochmal die Rapture Farm sehen Ah Jetzt sehen wir uns nochmal mal selbst Cool Hehehe Ja da ist der Ziemlich unzufrieden der liebe Boss So aber ich sehe gerade Es ist wieder Zeit Euch zu verabschieden Ich hoffe ihr hattet Spaß In dieser heutigen Folge Ich denke mal Wir haben ja schon wieder was geschafft Wir sind zwar auch wieder gestorben Aber wir konnten wenigstens Ein paar Voodoo Cons befreien Und das ist ja eigentlich unser Hauptziel Nebenbei natürlich auch noch zu fliehen Aber ähm Ja gut Ich denke mal das war heute ganz erfolgreich Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht Und wir sehen uns Dann in einer neuen Folge wieder Sprich morgen Beziehungsweise Ja wenn ihr Später erst eingeschaltet habt Dann habt ihr sowieso noch Einen kleinen Vorrat vor euch Sehen wir uns dann gleich wieder Bis dann 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 Bis dann